Es macht keinen Spaß, jede Woche die Ratings zu gewinnen, wenn man zugleich ganz hinten landet. Oh, mit kann ich sie glücklich machen. Hier gibt's eine kleine Lektion in Naturwissenschaften. Die Natur hasst das Vakuum. Der Vakuum ist misst, aber macht euch nicht zu. Warnung! Sie entfernen sich aus dem sicheren Bereich. Agent, ich weiß von einem Informanten, dass die Cleaners eine Mappe mit nützlichen Informationen besitzen. Auch wenn das Ich in der Biologie nur eine Illusion ist. Es stimmt, wir brauchen die Informationen. Aber ich bin nur der Übermittler der Anfrage. Zentrale und Division. Rikers haben eine Straßensperre 53. West und Broadway errichtet. Wir müssen sie wegräumen. Alter, ernsthaft? Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los mit! Jetztolso! JTF-Verstärkung anfordert. Warnung! Feindkraft in Ehrensicht! 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 Nur eine Frage der Zeit! Warnung! Kämmert! Wir brauchen keine Dehräter! Tiefkopf! Feindkraft in Ehrensicht! Hör auf! Du kannst nicht mal kämpfen! Warnung! Feindkräfte nähern sich! Versteigungsdreiflecher 1. Durchhalten! Ich mach das! Versteigungsdreiflechung! Versteigungsdreiflechung! Gut, dass Sie hier waren, als der Scheiß losging! Danke, dass Sie die Straße geräumt und dabei noch den Müll entsorgt haben! Wow! Sie haben da richtig gute Arbeit geleistet! Ich hätte nichts dagegen, Sie immer mit dabei zu haben! Agent! Einige Menschen werden von den Rikers gefangen gehalten! Das sind die Fakten! Ich bin nicht in der Position zu beurteilen, ob die Geiseln in dieser gefährlichen Lage verzweifelt, aufgeregt oder erleichtert sind! Trotzdem möchten wir Sie bitten, sie aus dieser Lage zu befreien! Aus rein praktischen Gründen! Ich habe hier die tapfersten Männer und Frauen vor mir, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe! Wir haben alle jemanden verloren! Aber Sie sind trotzdem bereit, mich anzuhören! Und ich sage Ihnen nur eins! Die Wahrheit! Die von der Regierung nicht anerkannt wird! Die Kranken sind bereits tot! Die Ansteckung ist gleich bedeutend mit einem Todesurteil! Von da an können Sie die Krankheit nur noch weiter verbreiten! Deswegen stehen wir heute hier! Ohne unsere Familien! Ohne unsere Kinder! Weil wir verstehen, was es kosten wird, diese Stadt und dieses Land zu retten! Und wir bereit sind, den Preis zu zahlen! Niemand sonst wird es tun! Und deswegen werden viele Menschen sterben! Aber Sie alle, die Sie jetzt diese harte Entscheidung treffen! Wenn Sie mich fragen, sind Sie alle Helden! Oh mein Gott! Der Schwende hier! 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 Vengard, packen Sie ein und begeben Sie sich direkt zur Blackside-Delta. Vermeiden Sie Feindkontakt und halten Sie sich zurück, solange es wirklich ist. Verstanden. Vengard Ende. Blackside-Delta? Sind Sie von der CIA oder so einem Scheiß? Irgendso was, ja. Blackside-Delta 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 Das war's. 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 Achtung! Ware zerstört! Ich will ja nicht angeben, aber ich habe einen Ruf. 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 Alle verfügbaren Einheiten zum Parkhaus in der 57. West. Die JTF wird beschossen und braucht Hilfe. Ich weiß, was wir besprochen haben. Aber ich weiß nicht, ob die Idee so gut ist. Pass auf. Denk an die Ratten. Wir haben Tag. Ohne sie wären wir jetzt tot. Sie greifen in Zukunft nicht mehr so schnell eine JTF-Patrouille an. Warnung! Warnung! Feindkraft näher an sich! Da kommt noch mehr! Ja! 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 Ich habe mich zurückgebracht. Ich habe eine Kanate! Wir haben Freunde mitgebracht. Ich habe keine Luft auf! Ich bin hier von Lava. Unweilig für die Sache. Arfi-Time! Wie konnten die aus... Arfi-Time! Oh, ja! Arfi-Time! Darf ich schlafen? Überbrecher ganz durch! FeTs, hörst du erst! Was? Drüben, dieses皿ce gemacht wird... Ich habe nichts dagegen, Sie immer mit dabei zu haben. Danke für die Rettung. Das war klasse. Dafür gebe ich Ihnen mal ein Bier aus. Viel Glück da draußen. Gut, dass Sie die Nachschublinie gesichert haben. Herr, dass Sie sich über die Rettung deber Honeychangeln mit dem Lager hinzugehen.